Dann machen wir weiter mit einem Thema, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so offensichtlich oder nicht auf der Hand liegt. Warum hat das was mit der energetischen Bewertung von Gebäuden zu tun? Aber es ist eigentlich relativ einfach und simpel nachvollziehbar. Bevor wir da anfangen, habe ich Ihnen noch was mitgebracht. So aus der aktuellen Presse habe ich ja zugesagt, immer wenn ich etwas Interessantes finde, bringe ich Ihnen das einfach mal mit. Die Weltklimakonferenz war ja in Bonn, die haben sich damit natürlich auch beschäftigt. Und eine interessante Zahl ist die hier. Die stellt im Prinzip dar, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, gemessen in ppm, parts per million, also Teile pro Million. Und links die Grafiks, da sehen Sie auf der X-Achse Tausende von Jahren bevor, also bevor heute. Und Sie sehen, irgendwann 22.000 Jahre vor heute lag die CO2-Konzentration relativ konstant, so um die 180, 190 ppm in der Atmosphäre. Dann passierte was, das hat was hauptsächlich mit Vulkanismus zu tun, was da passierte. Das war noch nicht industrielle Revolution damals. Und stieg dann an auf einen Level, den wir relativ lange gehalten haben, so um die 260, 270 ppm. Ja, so 10.000 Jahre vor heute lag der Pegel oder die Konzentration an CO2 in der Atmosphäre relativ lange, relativ konstant bei 260 ppm CO2. Schauen wir auf die Neuzeit. Und nur, das sind nur Messwerte, das sind jetzt nicht Prognosen oder sowas. Dann war dieses Jahr, 2017, ein historisches Jahr. Weil dieses Jahr lag der Mittelwert der CO2-Konzentration das erste Mal über 400 ppm in der Atmosphäre. Das heißt, die Menschheit hat es geschafft, in 40, 50 Jahren von dieser Konzentration 260 ppm auf über 400 ppm hochzukommen. Und wenn man das vergleicht mit dem Sprung, der durch relativ weitreichende geologische Veränderungen verursacht wurde, also der Sprung von 180 auf 270, das waren 90 ppm, dann ist das schon beeindruckend, was die Menschheit da veranstaltet gerade. Selbst wenn man skeptisch ist, kann man, erstmal muss man auch feststellen, es gibt noch keine andere Erklärung, die in den Zeitraum fällt, als die Industrialisierung. Als die massive Verbrennung von fossilen Ressourcen, die in der Erde lagern. Gas, Öl, Kohle. Ja, es hat noch keiner was anderes gefunden. Also selbst wenn man daran zweifeln würde, oder das in Zweifel zieht, dass das da menschengemacht ist, man hat aber auch keine andere Erklärung. Es ist weder ein großer Asteroid auf der Erde eingeschlagen, noch sind irgendwelche großen Vulkane ausgebrochen, massiven Umfangs. Also es gibt noch keine andere Erklärung für diesen massiven Anstieg an CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Mit sehr weitreichenden Folgen. Sie kennen dieses 3-Grad-Ziel oder jetzt dieses 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel der Pariser Konferenz, vielleicht aus der Presse. Ob man das überhaupt noch erreicht, also ob das überhaupt noch Gegenstand der Diskussion ist, wird momentan eher besprochen, weil wir haben schon 1 von den 1,5 Grad eigentlich aufgebraucht. Also insofern ist das relativ müßig, darüber zu diskutieren. Man möchte aber gegensteuern und das, wie man gegensteuern möchte, ist hier dargestellt. Sie sehen da so einen Knick. Oder fangen wir an mit der grauen Linie hier. Ja, diese graue Linie. Das ist sozusagen, das ist jetzt eine absolute Zahl auf der Y-Achse. Ja, Gigatonnen CO2-Emissionen ist die Y-Achse. Und diese beige-graue Linie und der Bereich darum, das ist quasi die Trendlinie, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt. Ja, also weiter steigend. Und auf der liegen wir auch voll. Ja, die aktuelle Presse, wenn Sie da mal reingeschaut haben, für Deutschland war ja die Auswertung, ja, reduzieren ist ja ganz schön, aber momentan geht es wieder hoch. Wir hatten es tatsächlich mal ein, zwei Jahre geschafft, in Deutschland die CO2-Emissionen zu reduzieren für unser Land. Aber es steigt auch hier. So, wenn ich aber das 1,5- oder 2-Grad-Ziel erreichen möchte, das sind dann diese, die violette oder die blaue Linie hier, dann sehen Sie da so einen Knick. Ja? Im Jahr 2020. Das heißt, das ist die Vereinbarung des Pariser Protokolls, des Klimaschutzprotokolls. Wenn man also das 1,5-Grad-Ziel erreichen möchte, heißt das, stellen Sie es sich als Auto vor, Vollbremsung, ja, und dann runter. Wie realistisch das ist, können Sie sich vorstellen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist alles Kacke, was Sie besprechen, aber es ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Das ergibt sich nicht von alleine. Auch wenn man das 2-Grad-Ziel anstrebt, ist es so, dass man da auch einen starken Knick haben wird, um die CO2-Emissionen jährlich zu reduzieren. So, das ist ein Ausschnitt aus einer größeren Karte oder aus einem größeren Diagramm, was noch weiter in die Zukunft blickt. Das heißt, es darf auch nie mehr ansteigen. Das heißt, diese fallenden Emissionskurven, die violette und die blaue Linie, die gehen nicht irgendwann auf eine horizontale zurück und schwenken ein auf ein konstantes Level, sondern um dieses 1,5- oder 2-Grad-Ziel dann tatsächlich dauerhaft zu erreichen, heißt das auch zukünftig, das geht jetzt bis 2050, das Ganze, immer weiter sinkende, global sinkende CO2-Emissionen. Ja, Funfact am Rande. Können Sie jetzt sagen, interessiert mich nicht. Ich würde sagen, ob Sie das interessiert, interessiert den Globus nicht. Insofern werden Sie zumindest mit den Folgen zu tun haben. Gegensteuern in Deutschland alleine ist natürlich relativ müßig. So, zurück zum Thema jetzt endlich. Wir sprechen heute eigentlich gar nicht über Energie, über Wärmeenergie, sondern wir sprechen über ein Thema, was damit zu tun hat, wenn Sie ein energieeffizientes Haus bauen möchten. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir ganz am Anfang, als es um die Wärmetransportmechanismen mal so ein Häuschen dargestellt, und Sie sollten überlegen, wo geht denn Energie verloren aus Ihrem Gebäude? Und relativ schnell haben Sie gesehen, naja, wenn Sie das Fenster aufmachen, geht da auch Energie verloren. Im Winter, weil die warme Luft rausgeht. Also, wir haben auch Energieverluste über die Lüftung. Das ist das eine Thema. Das interessiert uns aber eigentlich jetzt auch nicht, sondern uns interessiert jetzt vor allem die Energiemenge, die verloren geht, wenn die Fenster zu sind. Das heißt, Ihr Gebäude ist nicht luftdicht, leider, aus energetischer Sicht, sondern weist sogenannte Leckagen auf oder Fehlstellen. Das heißt, aus energetischer Sicht sollte es Ihr Ziel sein, Ihr Gebäude luftdicht zu errichten. Ja, ist auf Dauer vielleicht auch nicht so gut. Das heißt, wir müssen uns auch damit beschäftigen, warum Sie doch lüften müssen. Das heißt, das zweite Thema der Veranstaltung werden dann Lüftungskonzepte sein. Also, wie Sie gezielt Luft in Ihr Haus, frische Luft, Außenluft in Ihr Haus bringen, wie viel ist dafür erforderlich und wie machen Sie das? Ja, benutzen Sie dazu eine Anlagentechnik oder machen Sie einfach die Fenster auf? Reicht das? Aber das erste Ziel aus baufysikalischer Sicht ist, Ihr Gebäude luftdicht zu bauen. Und zwar aus zweierlei Gründen. Das eine, denn einen Grund hatte ich Ihnen genannt, das ist die Energiemenge, die ich nicht in die Umwelt verschenken möchte. Könnten Sie sich noch einen zweiten Grund vorstellen? Sondern was passiert, wenn Sie eine Konstruktion haben? Wenn Sie zum Beispiel so eine Dachkonstruktion haben und Sie haben feuchtebelastete, warme Innenraumluft, mit vielleicht 50% relativer Feuchte, das ist das, was Sie irgendwie so auf Ihrem Hydrometer zu Hause ablesen können, wenn Sie einen haben. Da ist eine bestimmte Wassermenge in der Luft. So, bei plus 20 Grad Celsius hätten Sie 50% relativer Feuchte. Wenn es jetzt draußen kalt ist, Sie haben Winter, minus 5 Grad Celsius, Quatsch, so, 5 Grad Celsius, welche relative Luftfeuchte haben wir dann draußen? Hat einer irgendwie eine Außenklimastation, Außenhydrometer? Es ist bei der relativen Feuchte hoch. Aber was passiert, wenn, wo ist ein Brillenträger? Ja, das sind Brillenträger. Wenn Sie im Winter von der Straße in eine Kneipe kommen, was passiert mit Ihrer Brille? Beschlägt. Das passiert auch bei allen anderen warmen Räumen, aber in der Kneipe besonders schnell, weil viele Menschen drin sind und die Feuchte relativ hoch ist. Und Ihr Brillenglas ist kalt. Das heißt, kalte Luft kann nicht so viel absolute Feuchtigkeit aufnehmen wie warme Luft. Je wärmer Luft ist, umso mehr Feuchtigkeit passt da rein, pro Kubikmeter. Und kalte Luft kann nur sehr wenig Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt, was passiert, wenn ich jetzt warme Luft, die zwar nur zu 50% Wasser gesättigt ist und nichts anderes heißt 50% relative Feuchte, wenn ich die jetzt abkühle, Sie sperren die ein in einen Würfel und kühlen die ab, kondensiert es irgendwann an diesen Glasscheiben dieses Würfels, weil die Luft das Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Und das passiert wo? Beim Kondensationspunkt. Bei Erreichen von 100% relative Feuchte kondensiert das restliche Wasser aus. So eine Konstruktion haben wie Ihr Dach, in dem ja Wärmedämmung drin ist. Und Sie hätten einen Durchgang von dieser warmen, feuchten Luft durch diese Konstruktion, warme Luft daraus möchte, dann wird die hier an dieser Stelle, irgendwo wird das kondensieren. Ja, wenn es kondensiert, irgendwo muss das Wasser hin, dann wird vielleicht die Dämmung feucht, wenn Sie Wasser aufnehmen kann, wird es matschig, Mineralwolldämmung, und dann war es das mit der Dämmung. Richtig, genau. Jeder, der schon mal irgendwie einen Dachausbau gemacht hat, weiß, dass da von innen irgendwie so eine Folie drankommt. Keine warme, feuchte Luft in der Konstruktion zu haben, weil Sie schaffen es nicht, den Kondensationspunkt im Winter nach draußen zu verlegen. Und das gilt für alle Konstruktionen. Das gilt fürs Dach genauso. Ja, da machen Sie das mit einer Folie. Das Ding nennt sich dann Dampfbremse. Und mit Dampf ist der Wasserdampf gemeint, der in der Luft ist. Und das werden Sie berechnen im zweiten Semester. Deswegen, es gibt zwei Gründe für luftdichtes Bauen. Das eine ist der energetische Aspekt. Und der andere ist, Sie möchten keine Schäden haben in Ihrem Gebäude. Ihr Gebäude soll nicht verrotten, das hat eben mal genannt. Und das passiert, wenn Feuchtigkeit durch Ihre Konstruktion gehen kann, wandern kann. Und dann ist auch klar, Moment, dann ist auch klar, wie Sie konstruieren müssen. Von innen nach außen immer Dampfdiffusionsoffener. Wenn wir jetzt auf die typischen Schwachstellen gucken, dann sind das diese schwarzen Pfeile. So, was müssen wir also erreichen? Wir müssen erreichen, dass wir diese luftdichte Ebene durchgängig machen auf der Innenseite. Warum auf der Innenseite? Damit das Wasser nicht kondensieren kann in der Konstruktion. Also die luftdichte Ebene gehört nach innen. So, und wenn Sie so einen Spitzboden haben, dann verläuft die hier weiter. Wie wir das jetzt hinkriegen an der Stelle, das gucken wir uns gleich an, mit welchen Materialien. Aber da muss die luftdichte Ebene hin. Auf die Innenseite der Konstruktion. So, dann kommt da so ein Fenster. Das heißt, ich muss auch da die luftdichte Ebene an meine Fensterkonstruktion anschließen. Das Fenster selber ist dann die luftdichte Ebene. So, dann geht es weiter. Dann gibt es unten den Traufpunkt, also den Fußpunkt eines Dachstuhls, die Traufe. Auch da muss die luftdichte Ebene ohne Lücken überführt werden in die luftdichte Ebene der Außenwand. Auch wieder auf der Innenseite. Und ganz wichtig deswegen, die luftdichte Ebene der Außenwand muss bis zur nächsten luftdichten Ebene geführt werden. Man darf nicht einfach eine Lücke aufweisen. Also, Sie dürfen nicht mit der luftdichten Ebene da aufhören. Oberhalb des Estrichs, oberhalb des Fußbodens. Weil der Estrich selber ist nicht luftdicht. Die Randkonstruktion, das werden Sie im zweiten Semester sehen, mit diesem Randdämmstreifen, wer schon mal einen Rohbau gesehen hat, oder wenn der Estrich drin ist, so einen himmelblauen Schaumstoffstreifen am Rand. Sie dürfen nicht mit der luftdichten Ebene oberhalb aufhören. So, dann geht es weiter, die luftdichte Ebene. Auch dann wieder ans Fenster anschließen. Das heißt, das Ziel, das Sie erreichen müssen, baukonstruktiv, ist, dass diese luftdichte Ebene einmal um Ihr Haus wandern kann. Nehmen Sie sich einen Schnitt des Hauses, Ihres Hauses und Sie setzen einmal den Stift an und Sie müssen, ohne den Stift abzusetzen, einmal den Schnitt umfahren können. So, und was ist der zweite Schritt? Wie erreiche ich das? Genau, und zwar, wie erreiche ich das in zweierlei Hinsicht? Wie erreiche ich das in der Fläche? Also, wie erreiche ich das bei meinem Dachaufbau? Was ist da die luftdichte Ebene? Wie erreiche ich das? Und die zweite Frage ist bei, wie erreiche ich das? Wie mache ich die Übergänge? Wie schaffe ich den Übergang zum Beispiel ans Fenster, im Traufpunkt, bei der Geschossdecke? So, das heißt, wir haben jetzt zwei Fragen zu beantworten. Was sind die luftdichten Ebenen meiner Konstruktion? Es muss auf der Innenseite liegen und es muss relativ dampfdicht sein gegenüber Durchtritt von Wasserdampfmolekülen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, mit welchen Bauteilen erreiche ich jetzt die luftdichte Ebene. Schauen wir uns die Details an und in einem direkt auch diese Ebenen mit. Das ist zum Beispiel ein Detail aus der DIN 4108, Teil 7. Und das ist eine beispielhafte Ausführung, luftdicht bauen kann und wie ich den Übergang an so einem Detailpunkt, an der Traufe, erreichen kann. So, was ist jetzt in dem Fall die luftdichte Ebene? Wir haben eben beim Dach schon gehört, das da ist die luftdichte Ebene. Ist nochmal groß dran zu schreiben. Das Ding nennt sich Dampfbremse. Je nachdem welchen sogenannten Wert, SD-Wert Sie haben, ist es auch eine Dampfsperre. Aber das machen Sie im zweiten Semester. Also mit dieser Kunststofffolie in der Regel kann man die luftdichte Ebene im Dachbereich realisieren. So, und was ist die luftdichte Ebene im Bereich des Mauerwerks? Unten habe ich ja Mauerwerk, ein zweischaliges Mauerwerk. Also was ist die luftdichte Ebene im Bereich des Mauerwerks? Muss innen liegen. Der Innenputz. Wäre ja schön, wenn der Innenputz das könnte. Kann er auch. Ja, sehen wir gleich. Das heißt, die luftdichte Ebene im Bereich des Mauerwerks ist der Innenputz. So, wer hat es schon mal gebaut? Selber mit Hand angelegt. Rohbau am besten. Schon mal so ein Detail quasi hergestellt. Was wird häufig falsch gemacht? Was kann man falsch machen an diesem Detail? Das genau. Also dieser Punkt da ist kritisch, weil da muss ich die eine Folie an die andere kleben. Warum ist da überhaupt ein Stoß? Das hängt mit dem Ablauf auf der Baustelle zusammen. In welcher Reihenfolge kommen denn die Bauteile da an? Schauen wir uns das Detail kurz an. Als erstes wird wahrscheinlich ja irgendwie der Rohbau hergestellt. Ja, also die tragende Wand. Das ist das erste, was kommt. Gucken wir uns das Detail weiter an. Dann wird der Dachstuhl gestellt. Dann brauche ich also die Fußfette und ich brauche diese Sparren hier. Dann habe ich schon mal irgendwie den Dachstuhl stehen. Dann wird in der Regel möglichst bald da außen irgendwo die Folie drauf gemacht, weil dann kann es nicht mehr rein regnen. Ja, die Unterspannbahn. Dann habe ich es schon mal regendicht. So, dann kommt der sogenannte Innenausbau. Wenn ich jetzt im Dach anfange, das hier ist jetzt eine Aufsparrendämmung, dann kommt die Dämmung. Dann wird diese Folie gelegt. Dann wird die noch verschalt in dem Beispiel hier. Und dann muss ich hier hinten rum. Wenn ich jetzt erst an diese untere Folie hier denke, dann habe ich schon verloren. Ja, weil die kriege ich nicht mehr unter die Fußfette gezaubert. Ja, da können Sie nicht. Das funktioniert nicht mehr. Also, das heißt, das Gewerk Zimmermann muss an dieses Stück Folie mitdenken. bei dem Detail. Bei dem Detail. Ja, das ist kniffliges Detail hier. Es gibt einfachere. Aber wenn Sie so eine sichtbare Holzkonstruktion haben, dann muss das Gewerk Zimmermann ein sehr ungeliebtes Material, nämlich eine Plastikfolie, dabei haben und die unter die Fußfette legen, bevor die Fußfette da oben drauf gelegt wird. Was muss denn noch weiter vorher da sein? Der Innenputz auf der Oberseite des Mauerwerks. Und deswegen ist das Detail aus verschiedenen Gründen nicht so baubar. Darum geht es mir. Ja, sondern ein Grund ist auch zum Beispiel, dass dieser Innenputz auf der Oberseite dieses Mauerstücks da sein muss schon. Das heißt, das ist eigentlich ein Gewerk, was relativ am Ende kommt. Und dieses Detail ist nicht baubar. Also luftdichte Materialien hatten wir die Folien kennengelernt. Ich setze die mal in Anführungsstrichen, weil es da sehr unterschiedliche Qualitäten gibt. Werden Sie im zweiten Semester in PHKO 2 ausführlich machen. Die Folien. Dann hatten wir schon gesehen, der Innenputz ist eine luftdichte Ebene, eine gebräuchliche luftdichte Ebene. Luftdichte Ebene muss ohne Lücken verlegt werden. Das heißt, der Innenputz gehört auch in Hausanschlussräume, gehört auch hinter Installationswände im Bad. Fenster und Türen müssen ja per se schon winddicht sein. Die sind dann auch luftdicht per se. Aber der Anschluss der Fenster an den Innenputz, das ist so ein weiteres Detail. Dann gibt es sogenannte plattenartige Baustoffe. Als Beispiel OSB-Platten. Also Holzwerkstoffplatten mit diesen großen Fasern, OSB-Platten. Die sind auch hinreichend dampfdiffusionsdicht. Diffusionsdicht. Natürlich alle Gläser, alle Metalle, alle Abdichtungen. Das heißt, es gibt auch hier Ausnahmen. Sogenannte diffusionsoffene Unterspannbahnen. Eine Unterspannbahn ist das, was Sie von außen auf Ihren Dachstuhl nageln, als allererstes. Unter den Dachziegeln. Sehr gebräuchliches Material fehlt noch. Stahlbeton. Stahlbeton ist auch die luftdichte Ebene Ihres Hauses. Also wenn Sie den Übergang haben, Außenwand steht auf Stahlbetondecke, dann muss der Innenputz bis an die Stahlbetondecke geführt werden. Sie brauchen da jetzt nicht auch irgendwie einen Folienanschluss oder sowas, aber Sie müssen mit dem Innenputz möglichst lückenlos auf die Stahlbetondecke, die Rohdecke, aufputzen und unten wieder anschließen. Dann ist das dampfdiffusionsdicht. Sie müssen Luftdichte, Einbaudosen verwenden, wenn die in Außenwänden sitzen. Die üblichen Schwachstellen sind natürlich Fensteranschlüsse hier, Traufanschluss, haben wir drüber geredet, Anschluss einer Kehlbalkenlage an die Sparren. Immer wieder gern genommen, die sogenannte Klappleiter zum Spitzboden. Das heißt, wichtig ist, konsequent zu Ende denken. Wenn Sie sagen, mein Haus hat die Dämmebene hier, dann ist die luftdichte Ebene auch da, bitte schön, und dann muss diese Luke zum Spitzboden halt luftdicht sein. Also wir haben diese üblichen Schwachpunkte, Fensteranschlüsse, Installationsdurchführungen auch gern genommen. Am schlimmsten sind die kleinen Lücken, die kleinen Leckagen, wo wenig Volumenstrom durchgeht, aber immer, konstant. Also so eine Verklebung da. Also, die Details sind der Knackpunkt. Fenster, Türen entsprechend anschließen. Die Details können Sie alle in der DIN nachgucken, müssen nur darauf achten. Sie haben ja das Buch da liegen, da sind ja ganz zahlreiche Details drin, dass Sie auch entsprechend die Details ordentlich ausführen. So, jetzt wollen wir aber Luft ins Haus bringen. Das heißt, wir wollen jetzt überprüfen, wenn ich doch weiß, dass mein Haus sowieso schon undicht ist, dann reicht das ja vielleicht schon, damit die Feuchtigkeit in meinem Haus nicht zu groß wird, ohne dass ich ein Fenster aufmache. Und dass das funktioniert, so funktionieren kann, das stellen Sie eben bei Altbauten fest. Bei richtig maroden Altbauten mit einem gigantischen Energieverbrauch, total undichten Fenstern, da schimmelt es aber nicht. Warum nicht? Weil die so luftdurchlässig sind. Sie haben quasi Permanentlüftung. Bauphysikalisch aus feuchte Sicht super. Ja, Sie haben immer einen ganz hohen Luftwechsel im Raum, auch ohne, dass Sie die Fenster aufmachen. Energetisch eine Katastrophe. Ja, eine Katastrophe.